Dino Wieser, das Dunktheim, der HC Davos verwacht jedem Heimspiel aus einem neuen Albtraum. Wie sieht es Ihrer Gefühlswelt jetzt gerade aus? Ja, es ist recht mühsam, vor allem zu Hause haben wir ein recht mühsames Spiel. Irgendwie gelingt es uns nicht, aber da müssen wir durch. Es ist ein Lernprozess und wir müssen einfach hart arbeiten. Wenn alle wirklich hart arbeiten, dann kehrt es irgendwann. Vor allem heute haben wir einen guten Start gehabt und dann sind wir wieder auseinandergekommen. Das ist sicher nicht passiert, vor allem nicht zu Hause. Der Positivstehter wäre endlich mal da gewesen, endlich mal einen reingekommen. Vielleicht hätte man nachher vielleicht fast ein wenig zuviel aufs Mahl wollen? Nein, überhaupt nicht. Es stimmt einfach überall irgendwie nicht. Es hinkt immer irgendeiner hinten an und dann kann es nicht recht tun. Es müssen alle fünf Säcke auf dem Eis und dann tut es recht. Aber sicher nicht Leute auf dem Eis, die nicht wollen. Wir wollen alle, aber irgendwie haben wir das Glück auch nicht auf unserer Seite. Aber man weiss auch, dass man das Glück erzwingen kann, wenn man hart arbeitet.